Amsterdam Amsterdam ist die Hauptstadt des Königreichs der Niederlande. Amsterdam ist multikulturell und sehr offen. Charakteristisch an Amsterdam sind die vielen Grachten, Kanäle, welche die Innenstadt in einem sogenannten Gürtel umziehen. Seit dem 1. August 2010 gehörte Grachtengürtel, Heerengracht, Kaisersgracht und Brinsengracht, zum Weltkulturerbe der UNESCO. Stadtbezirke zum 1. Mai 2010 wurden die Stadtbezirke Amsterdams zusammengefasst und neu aufgeteilt. Zentrum, das historische Zentrum innerhalb der Singelgracht, mit Jordan und Ostelecke erlanden. Amsterdam-Westbos en Loma, mit dem Dorf Sloterdijk, de Barsjes-Uud-West-Westerpark, Spandermabour, Staatslieden-Bürt, Friederik-Hendrik-Bürt. New West Deutzenwelt-Slotermär Ostdorp, Ostdorp, Mittelwelt-Sager-Polder, Dorfsloten Schlotter-Wart-Overtum-Sefeld, mit New Floten Amsterdam-Zuid U-Zuid, Zuid, De Pij, Hofdorpplein-Bürt Zuider-Amstel, Rivieren-Bürt, Buiten-Feldat, Stadion-Bürt Amsterdam-Ost Ost-Worter-Grafsmär Zeburg, Indische-Bürt, östliches Hafengebiet, Eiböch Amsterdam-Nord, mit den Dörfern Durga-Damm, Zunderdorp, Ransdorp, Holeslut Zuid-Ost, Bielmarmeer, Gasperdamm, Bulleweig, Triemund Das Industriegebiet Westport, westliches Hafengebiet, Betriebsgelände Sloterdijk, Telpoort, Ruigoort, fällt nicht unter die Stotzdileinteilung. Hintergrund Amsterdam bedeutet Dam in der Amstel Frühere Schreibweisen von Amsterdam sind Amstelredam, Amstelredamme, Amesteldam, Amstelredam, Amstelredamme und Amsteldam Die Geschichte Amsterdams beginnt um das Jahr 1000. Damals wurde dieses Sumpfgebiet namens Ehmestelle von Utrecht her Stück für Stück kultiviert. Als das entwässerte Moor abzusinken begann, mussten Deiche angelegt werden, um das jetzt tiefer gelegene Land gegen das Wasser zu schützen. Heute spricht man auch vom Venedig des Nordens. Im 13. Jahrhundert führte dies zum Bau von Deichen entlang der Zuiderzee und einem ihrer Arme, dem Ei. Die Mündung der Amstel wurde mit einem Damm abgesperrt, der der kleinen Siedlung ihren Namen gab. Der Damm, und die Waren, die jetzt hier umgeladen werden mussten, um weiter auf dem Wasser befördert werden zu können, war die Grundlage der späteren Handelsstadt. Das Wasser zwischen Damm und Ei, das Dammrack, war der Beginn des Amsterdamer Hafens. Das Wasser an der anderen Seite des Dammes wurde Rockin genannt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Reste des Dammes zwischen dem Nationalen Monument und dem Warenhaus de Beinkorf gefunden. Zum ersten Mal erwähnt wurde Amsterdam in einem Dokument vom 27. Oktober 1275, in dem der holländische Graf Flores V. den Bewohnern Zollfreiheit verleiht. Wann genau Amsterdam die Stadtrechte erhielt, ist allerdings nicht bekannt. Es muss kurz nach 1300 gewesen sein. Kurz danach wurde der Zoll auf Bier eingeführt und der Handel mit Hamburger Bier war das Sprungbrett zum Ostseehandel. Im 15. Jahrhundert war Amsterdam schon zur wichtigsten Handelsstadt Hollands geworden. Die Stadt wuchs. Das Anwachsen der Stadt brachte eher auch ihre typische Form. Bei jeder Stadterweiterung wurde ein neuer Festungsgraben gegraben, das ausgehobene Material wurde für Welle verwendet und um die Entwässerung zu sichern, wurden die Fundamente der Häuser auf Holzpfähle platziert. Die Stadtoberen standen nicht in der ersten Reihe beim Aufstand gegen die Spanier, doch schließlich schloss man sich 1578 den protestantischen Gäusen an, hauptsächlich um den Handel mit den umliegenden Städten nicht zu gefährden. Das Eigentum der katholischen Kirche, vor allem der vielen Klöster, wurde konfisziert und städtischen Einrichtungen übergeben. Ab 1585, nach der Einnahme Antwerpens durch die Spanier, kamen viele Antwerpener mit ihrem Handelsnetzwerk nach Amsterdam. Sie und die aus den von Spanien beherrschten Gebieten geflüchteten seffadischen Juden spielten eine wichtige Rolle im goldenen Jahrhundert von Amsterdam und Holland. Die Bevölkerung Amsterdams nahm in jener Zeit rasch zu. Um 1570 hatte Amsterdam weniger als 30.000 Bewohner, doch 1622 war diese Zahl schon auf rund 100.000 angestiegen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts sollte die Einwohnerzahl teilweise sogar die 200.000 überschreiten. Nur London, Neapel und Paris hatten in jener Zeit eine vergleichbare Einwohnerzahl. Dieses Bevölkerungswachstum erforderte eine groß angelegte Stadte. Mit dem Flugzeug Amsterdam verfügt über den Internationalen etwas außerhalb der Stadt. Vom Flughafen kommt man mit Taxi, Hotelbus, ca. 17,00 Euro, oder Zug, 5 Euro, in die Innenstadt. Der Hotelbus fährt drei um die wichtigsten Hotels der Innenstadt an. Am besten und schnellsten kommt man mit dem Zug ins Zentrum. Er benötigt etwa 20 Minuten zum Hauptbahnhof, Zentralstation. Es fahren pro Stunde mehrere Züge vom Flughafen ab. Es fahren auch IC direkt aus Deutschland, Osnabrück und Belgien, Brüssel, zum Flughafen Sripol. Hotelbus und Taxi hängen oft längere Zeit in den Staus der chronisch verstopften Innenstadt fest. Vorsicht am Flughafen, Sripol ist sehr weitläufig. Es kann durchaus passieren, dass man nach dem Check-in und dem Passieren der Sicherheitsschleusen auch bei Flottageweise und ohne Gepäck bis zu 30 Minuten zum Geht unterwegs ist. Mit der Bahn Amsterdam ist mit der Bahn sehr gut erreichbar. In der ganzen Stadt gibt es etwa zehn Bahnhöfe, Stations genannt. Der Hauptbahnhof, Zentralstation, liegt direkt im Zentrum. Von hier aus ist die Innenstadt sehr gut zu erkunden. Täglich bestehen nach Zentralstation fünf direkte ICE-Verbindungen aus Frankfurt via Köln, sowie ab April 2020 zwei Direktverbindungen aus London mit dem Eurostar. Außerdem bestehen Direktverbindungen aus Berlin, ICE, Brüssel, ICE und Thales, und Paris Nord, Thales. Berlin hat auch mehrere Male pro Tag eine Verbindung nach Amsterdam-Zentralstation, via Braunschweig, Hannover und Rheine. In Holland stoppt dieser Zug in Hengelo, Deventer, Apeldoorn, Amersfurt und Hilversüm. Darüber hinaus kommt auch eine Anreise über einen grenznahen ICE-Bahnhof, Fenlo, Maastricht, Herlen, Sittart, in Betracht. Hierbei sind die niederländischen Bahnhöfe IDR vom nächstgrößeren Deutschen Bahnhof, Düsseldorf, Mönchengladbach, Aachen, per Regionalexpress angebunden. Beachten sollte man jedoch, dass je nach Reiseziel, Zentral, zu Ede oder Schrepol, und gewählter ICE-Linie in Utrecht ein, IDR-Bahnsteig gleicher, Umstieg erforderlich ist. Im Inlandsverkehr bestehen Direktverbindungen zu allen bedeutenden niederländischen Städten mit Ausnahme der nordöstlichen Provinzen. Informationen zu Fahrplänen und Fahrkarten auf der Webseite der niederländischen Eisenbahn, Netherlands-Sysporwegen. Website auch in Englisch. Für den Fernverkehr gibt es folgende Bahnhöfe. Züge aus Richtung Den Helder, Sandfort über Haarlem, Den Haag über Flughafen Schrepol. Intercities aus Richtung Hofdorp über Flughafen Schrepol. Hier gibt es manche Direktverbindungen, die nicht über Zentralstation führen, und andere Groningen, Leeuwarden, Enschede. Schnelltraining zwischen Amsterdam CS und Utrecht CS sowie Schrepol, Hilvers im Aulmere, keine ICE. Wichtiger Knoten zwischen den Relationen Schrepol, Hilvers im Aulmere und Amsterdam CS, Utrecht CS. Schnelltraining zwischen Amsterdam CS und Utrecht CS sowie Schrepol, Hilvers im Aulmere, keine ICE. Wichtiger Knoten zwischen den Relationen Schrepol, Hilvers im Aulmere und Amsterdam CS, Utrecht CS. Wichtiger Knoten zwischen den Relationen Schrepol, Hilvers im Aulmere und Amsterdam CS, Utrecht CS. Nur für den Nahverkehr gibt es diese Bahnhöfe. Mit dem Bus Bus Reisen können von privaten Anbietern wie dein-bus.de oder meinfeinbus.de organisiert werden. Auf der Straße Amsterdam ist sehr gut mit dem Auto zu erreichen, es ist jedoch nicht zu empfehlen, mit diesem in die Innenstadt zu fahren. Aufgrund der Tatsache, dass Baugrund in der Innenstadt sehr teuer ist, fallen die Parkplätze in den Straßen klein aus. Besitzern von größeren Autos sei angeraten, entweder außerhalb auf den P-plus-R-Plätzen zu parken oder sofern sie in der Randstadt logieren, von dort mit der Bahn in die City zu fahren. Auch auf das Navi ist nicht zu 100% Verlass, hier machen sich zum Beispiel die Baustellen der Metro unangenehm bemerkbar. Es gibt in der Stadt sehr viele Einbahnstraßen, Falschparken wird sehr hart geahndet, Radkralle, Wegfahrsperre. Zudem sind Parkplätze in der Innenstadt sehr teuer. Beispiele Parkhaus Heinekenplein 20 Minuten 2 Euro, Tagespreis 42 Euro, Parkhaus Museumplein 20 Minuten 2 Euro, Tagespreis 50 Euro, im Byzantinum sind es Euro 68-Tag. Etwas preisgünstiger fährt man mit einem Parkservice wie Hotelparking oder Carhotel, diese Firmen kooperieren mit einigen Hotels. Man lässt das Auto abholen, es wird dann zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt zurückgebracht. Mit 20 Euro bis 30 Euro pro Tag ist das aber auch nicht besonders billig. Es gibt aber mehrere Park-and-Ride-Parkplätze, P plus R, am Rand der Stadt. Aber Achtung, dieses für Amsterdam sehr günstige Angebot gilt nur bei genauer Beachtung der Spielregeln. Beim Befahren des Parkplatzes erhält man einen Parkschein. An einem Automaten führt man diesen Parkschein ein und kann bis zu 5 P plus RGVB-Cards pro Parkschein kaufen. Für diesen Kauf hat man nach Erhalt des Parkscheins eine Stunde Zeit. Eine P plus RGVB-Cards 5,00 Euro. Zwei P plus RGVB-Cards 5,00 Euro. Drei P plus RGVB-Cards 5,90 Euro. Vier P plus RGVB-Cards 6,80 Euro. Fünf P plus RGVB-Cards 7,70 Euro. In Bus, Straßenbahn oder U-Bahn hält man diese RFID-Karten an einen RFID-Leser beim Einsteigen und auch wieder beim Aussteigen. Das Aussteigen muss im Bereich des Zentrums erfolgen und man hat eine Stunde Zeit, dorthin zu gelangen. Die Karten gelten nicht in den GVB-Nachtbussen. Für die Rückfahrt gelten die gleichen Bedingungen, ein Checken im Zentrumsbereich und eine Stunde Fahrtzeit, danach Auschecken bei dem Parkplatz. Die Bezahlung erfolgt durch Einführen des Parkscheines in den Automaten. Zusätzlich müssen die P plus RGVB-Cards an einer RFID-Lesefläche gehalten werden. Wenn der Automat erkennt, dass man im Stadtbereich war, zahlt man nur 8,00 Euro für die ersten 24 Stunden und 1,00 Euro pro angefangenen weiteren Tag, wenn man am ersten Tag an Wochentagen vor 10 Uhr morgens den Parkplatz befahren hat oder 1,00 Euro pro angefangene 24 Stunden, wenn man nach 10 Uhr morgens an Wochentagen oder ganztägig am Wochenende den Parkplatz befahren hat. Die Höchstparkdauer beträgt maximal 96 Stunden, kann aber in Einzelfällen auch geringer sein. Weiterer Vorteil der P plus R-Plätze, sie sind videoüberwacht. Dies sind die P plus R-Plätze, weitere Informationen unter Gemeinde Amsterdam und auf der Seite i Amsterdam. Mobilität ist besteht ein umfassendes öffentliches Verkehrsnetz, das vom städtischen Verkehrsbetrieb GVB betrieben wird, mit Straßenbahn, Tram, 16 Linien, Bus, auch Nachtbusse, U-Bahn und Fähren. Die meisten Straßenbahnanschlüsse befinden sich beim Hauptbahnhof. Außerdem gibt es auch Krachten-Taxis, nicht vom GVB. Liniennetzplan Amsterdam, PDF Straßenbahnen Das Rückgrat des öffentlicher Personennahverkehr im Kerngebiet der Stadt bildet die Straßenbahn. 11 der 16 Linien verbinden den Hauptbahnhof CS mit den Vororten, 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 25, 26, die anderen 5, 3, 7, 10, 12, 14, sind Radialinien, von denen eine, 14, das Zentrum in Ost-West-Richtung durchkreuzt. Wer eine volle Straßenbahn nicht scheut und sich nicht unbedingt in einen Sightseeing-Bus setzen möchte, kann die Linie 2, Tram 2, nehmen. Sie fährt vom Hauptbahnhof aus vorbei am Palais, Grachten und Museen. In einer Stunde und 15 Minuten kann man alles anschauen, was ein, amerikanischer, Tourist braucht, um sagen zu können, ich war in Amsterdam. Die Handhabung der Original-Version Shipcard wird weiter unter erklärt. Auch Barbezahlen soll noch möglich sein, wird aber nicht so gern gesehen. Metro Die Amsterdamer Metro wurden nach teilweise sehr heftigen Protesten ab Mitte der 70er Jahre angelegt. Zuerst würden die beiden Südostlinien 53 und 54 gebaut. Erst viele Jahre später wurde das Netz mit der Snelltram 51 nach Amstelfin und erst in den 90er Jahren mit der, fast Ringlinie 50 ergänzt. Zurzeit wird die Nord-Südlinie gegraben, was zu einem heillosen Chaos in der Innenstadt und ungeahnten Budgetüberschreitungen führt. Ihre Fertigstellung ist derzeit für 2017 anvisiert. 50 Isolatorweg, Westport, Station Sloterdijk, Station Zeid, Station Bielmar Arena, Gain, zu Edo-Ost. 51 CS, Amstel-Station, Station Zeid, Amstelfin-Westweig. 53 CS, Amstel-Station, Van der Madeweg, Gasperplass, zu Edo-Ost. 54 CS, Amstel-Station, Van der Madeweg, Station Bielmar Arena, Gain, zu Edo-Ost. Busse in der Innenstadt fahren nur wenige Stadtbuslinien, 18, 21 und 22, die den CS mit Weststaatsliebenbürt Spandamabourt bzw. Ostindische Bürt verbinden. Die Linien 32, 33, 34, 35 verbinden die Innenstadt mit Nord. Auch die anderen 30er-Linien-Nummern verkehren jenseits des Am-Norden der Stadt. Die Linien 42 und 43 verbinden das Neubaugebiet in den östlichen Hafengebieten mit dem CS. Bei den übrigen Buslinien handelt es sich um Erschließungslinien zwischen den Stadtteilen. Busse ins Umland, Streeckbussen, fahren von verschiedenen zentralen Punkten ab. Nach Norden ab Zentralstation. Nach Süden und Westen ab Streeckbusstation Maunixstrad in der Nähe des Light September Line. Nach Osten ab Amstel-Station. Nachtbusse in den Stunden zwischen Betriebsschluss und Betriebsbeginn des regulären Netzes fahren in Amsterdam und in der näheren Umgebung Nachtbusse. In der Stadt selbst gibt es zwölf Linien des GVB. Während der Woche, Modo, verkehren sie stündlich. An den Wochenenden, Freitag bis Sonntag, alle 30 Minuten. Die Nachtbusse ins Umland werden von den entsprechenden Streeckbusgesellschaften betrieben. Es ist wichtig zu wissen, dass die Nachtbusse einen anderen Tarif haben als der reguläre öffentlicher Personennahverkehr. Er ist, da er nicht vom Staat gesponsert wird, höher als der normale Tarif. Die entsprechenden Fahrkarten werden beim Busfahrer verkauft. Einfache Fahrt 3,50 Euro. Zwölf Fahrtenkarte 25 Euro. Die Karte berechtigt zum Umsteigen innerhalb von 90 Minuten, GVB-Netz. Außerdem wird eine Nachtnetzkarte verkauft, die auch für Fahrten ins Umland, Amstelfen, Saandam, Pormeerend, Idem und Wulendam, gilt. Sie kostet 6 Euro und ist 2 Stunden nach Abstempeln gültig. Alle Nachttickets können als Reiseprodukt auf der Originalversion Chipcard geladen werden. Fährenfußgänger und Fahrradfahrer, die über das Eien den Amsterdamer Norden möchten, sind auf die Fährverbindungen des GVB angewiesen. Alle Fähren verkehren deshalb ausschließlich für Fußgänger und Zweiradfahrer und zwar unentgeltlich. Buix-Lotterweg fährt CS, Buix-Lotterweg, verkehrt das ganze Jahr über, Montag bis Sonntag, 0 bis 24. Ipline fährt CS, Ipline, Montag bis Sonntag 6.20 bis 23.50. So geringere Taktzeiten. NDSM-Werf 4, CS, NDSM-Werf, Modo 6.45 bis 23.45. 6.45 bis 0.45. Samstag 9.15 bis 0.45. So 9.15 bis 23.45. Destelweg wird das Mannstrad. Destelweg, Montag bis Freitag 6.30 bis 19.30. Hautheven wird das Mannstrad, NDSM-Werf, Montag bis Freitag 6.45 bis 23.55. Saab plus Sonntag 9.00 bis 23.40. Tarife Fahrscheine sind in Bus- und Straßenbahn beim Fahrer erhältlich oder bei einem Begleiter in einer Kabine im hinteren Wagenteil. Man kann in der gegebenen Zeit in der Innenstadt beliebig oft umsteigen, vorausgesetzt, man hat beim Verlassen einer Tram oder eines Busses ausgecheckt, Checkout. Als Tourist wird man meist eine Zeitkarte wählen. Am Stationsplan gegenüber dem Hauptbahnhof, CS gleich Zentralstation, befindet sich das Ticket- und Infobüro des GVB für Informationen, Fahrausweise, Stadtpläne und so weiter. Fahrkarten sind auch im Fremdenverkehrsbüro, VVV, Tourist-Office, und an Automaten in den Bahnhöfen von Bahn und Metro erhältlich. Funktionsweise die Originalversion Chipcard, Öpft-Chipkarte, wurde als nationaler Fahrausweis für allen Personennah- und Fernverkehr in den gesamten Niederlanden entwickelt. In der Stadtregion Amsterdam, Gemeinden Amsterdam, Amstelfeen, Haarlemmermeer, Alsmeer, Uituorn, Uta-Amstel, Diemen, Z.A. Anstot, O. Z.A. An, Landsmeer, Waterland, Idemwulendam, Pormerend, Wörmerland, Beemsteher, Zeyfang, ist sie das einzige gültige Ticket. Die Originalversion Chipcard sieht aus wie eine Checkkarte. Sie enthält einen, nicht sichtbaren, Chip und ist erkennbar am nationalen rosa farbenen Logo. Die Karte muss mit einem Reissaldo oder Reisprodukt geladen sein. Das Saldo ist ein Betrag in Euro, mit dem man in alle Gebiete, in denen die Originalversion Chipcard gilt, reisen kann. Ein Reiseprodukt ist z.B. ein Abonnement, eine einfache Fahrt- oder eine Rückfahrkarte. Ein- und Auschecken Sofern die Originalversion Chipcard mit einem Reiseprodukt oder einem ausreichenden Saldo geladen ist, kann eingecheckt werden. Zu Beginn der Reise hält man seine Originalversion Chipcard gegen den Bildschirm des Zugangstors oder eines Kartenlesegeräts, das mit dem Logo versehen ist. Daraufhin öffnet sich der Zugang oder gibt das Kartenlesegerät ein Bestätigungssignal. Am Ende der Reise checkt man auf die gleiche Weise aus. Man hält die Karte gegen den Bildschirm des Ausgangstors oder des Kartenlesegeräts. Unterschied zwischen Reiseguthaben und Reiseprodukt. Die Originalversion Chipcard kann mit einem Guthaben bis zu 30 Euro aufgeladen werden. Die Originalversion Chipcard kann mit einem Jahres- oder Monatsabonnement und bei den NS auch mit einer einfachen Fahrt- oder einer Rückfahrkarte aufgeladen werden. Beim Einchecken und Auschecken kontrolliert das Kartenlesegerät, ob ein gültiges Reiseprodukt auf der Karte steht. Wo kann ich die Originalversion Chipcard benutzen? Die Originalversion Chipcard kann überall dort benutzt werden, wo das Logo sichtbar ist, zur und Ausgangstor, mobile Kartenlesegeräte, Aufladestationen, Saldo-Lesegeräte, am Schalter und oder anderen Verkaufsstellen. Funktionsweise des Aufladens Die Originalversion Chipcard kann an den Schaltern der Verkehrsbetriebe oder bei besonderen Verkaufsautomaten aufgeladen werden. Kartenarten Es gibt drei Kartenarten, eine persönliche, 7,50 Euro, eine unpersönliche, 4 Euro, sowie eine Einwegkarte. Die ersten beiden Arten sind fünf Jahre gültig und können zum Beispiel mit Abonnements oder Rabatten geladen werden, benötigen aber eine gewisse Bearbeitungszeit. Sie lohnen sich also meistens nicht für einen nur begrenzten Aufenthalt. Touristen werden meist auf unpersönliche oder Einwegtickets zurückgreifen. Besonderheiten bei der NS beim Reisen auf Guthaben wird beim Einchecken ein Einsteigetarif vom Saldo abgezogen. Beim Auschecken wird dieser Betrag mit den abgelegten Kilometern verrechnet. Wer das Auschecken vergisst, bezahlt also den gesamten Einsteigetarif. Der Einsteigetarif im Zug beträgt 20 Euro. Reicht das Guthaben auf der Karte dafür nicht aus, so ist es nicht möglich zu reisen. Alternativ besteht weiterhin die Möglichkeit, mit gewöhnlichen Papiertickets zu reisen. Weitere Regelungen Es gibt immer einen Grundtarif von 75 Cent, 50 Cent mit Rabatt. Wenn innerhalb von 35 Minuten nach dem Verlassen eines Verkehrsmittels umgestiegen wird, muss dieser Grundtarif nicht nochmals gezahlt werden. Weitere Informationen Wassertaxis und Busse Der Gedanke, die vielen Wasserwege der Stadt wieder zum Transport von Personen zu nutzen, kam in den 70er Jahren schon auf. Realisiert wurde sie jedoch erst in den 90er Jahren. Es gibt dazu unterschiedliche Modelle. Yellow Capwater Taxi Stationsplan 8, Tel, 020, 5356363 Grachtenbus 3 feste Linien, aber der Fahrgast kann an den Anlegestellen zu- und aussteigen. Tel, 020, 6239886 Grachten-Schaluppe Mit diesen elektrisch betriebenen Slöpen können die Wasserweg individuell erkundet werden. Bis zu 8 Personen passen hinein. Bei Regen wird's nass, die Bötchen haben nämlich kein Dach. Tel, 020, 6239886 Grachtenfahrrad-Biken L-Bike können an vier Anlegern 100 Wasserfahrräder, Tretboote, gemietet werden. Du kannst von einem Anleger wegfahren und das Bike an einem anderen Anleger zurücklassen. Bei Nieselregen gibt es auch eine Schutzdach. Einen Plan mit fünf Routen gibt es dazu. Tel, 020, 6239886 Mietboote Es ist in Amsterdam auch möglich selber Boot zu fahren. Dies ist sogar ohne Bootsschein erlaubt. Alle Mietboote zum Selberfahren sind umweltfreundliche Elektroboote. Folgende Anbieter sind zu empfehlen. Boots 4 Rennbootsvermietung liegt am Westerpark und vermietet kleine Motorboote mit Elektroantrieb für maximal sechs Personen. Tel, 06-26.326.420 Grachtenfahrt Amsterdam bietet eine vollständige Übersicht von allen Typen von Mietbooten in Amsterdam, Tretboote, kleine Elektrobote, Salonboote, große Schaluppen und große Schiffe für Dinnerfahrten. Grachtenfahrt Amsterdam bietet eine vollständige Übersicht von allen Typen von Mietbooten in Amsterdam. Tretbooten, kleine Elektrobote, Salonboote, große Schaluppen und große Schiffe für Dinnerfahrten. Taxis-Zeitungsberichten zufolge ist derzeit, Juli 2009, davon abzuraten, in Amsterdam mit dem Taxi zu fahren. Abgesehen davon, dass Taxifahrten in der Stadt unverschämt teuer sind, macht die Vielzahl freier Taxifahrer eine irgendwie geartete Qualitätskontrolle unmöglich. Sowohl Taxikunden als auch die Stadt und einige Taxi-Unternehmer sprechen davon, dass Passagiere beleidigt, Kurzstrecken verweigert, Touristen eingeschüchtert werden, viele Fahrer wüssten kaum den Weg und einige seien fast nicht in der Lage, niederländisch oder englisch zu sprechen. Truf, 7. Juli 2009, die Stadt Amsterdam bemüht sich um Abhilfe, aber das kann noch einige Zeit dauern. Solange sollte man Taxis nur im äußersten Notfall verwenden. Fahrrad, Veits Amsterdam ist eine Stadt der Fahrräder. Neben Kopenhagen gilt Amsterdam weltweit als die Fahrradmetropole. 30% der Wege werden per Rad zurückgelegt. Mit Millionen Investitionen in hochwertige und sichere Radinfrastruktur soll dieser Anteil noch weiter gesteigert werden. Aufgrund der engen Innenstadt mit ihren vielen Grachten ist Amsterdam-Zentrum mit dem Kfz sowieso nur schwer zu erfahren. Daher sind viele Amsterdamer im Alltag mit dem Rad Veits, oder einige auch mit dem Roller Brom Veits, unterwegs. Alltagsfahrer tragen in der Regel keinen Fahrradhelm. Lediglich Radsportler sind mit Helm anzutreffen. Das Fahrradverkehrsklima ist in den Niederlanden aber allgemein viel entspannter. Wer sich an die Verkehrsregeln hält, fühlt sich in den Niederlanden bedeutend sicherer und akzeptierter auf dem Fahrrad als in vielen deutschen Städten. Parkende Kfz auf Radwegen sind in den Niederlanden zum Beispiel kein Problem, es gibt sie im Prinzip fast nicht. Das Falschpacken auf Rad oder Gehwegen kostet 90 Euro. In Deutschland war ab 20 Euro Verwarnungsgeld für viele logischerweise immer noch ein gerne praktiziertes Kavaliersdelikt. Beim Falschpacken per Kfz in zweiter Reihe ist man in den Niederlanden übrigens mit 220 Euro dabei. Viele Radwege fit spatt. Entlang von Hauptverkehrsstraßen werden von Fahrrädern und Motorrollern gemeinsam genutzt. Dann ein entsprechendes Schild vorhanden. Einrichtungsradwege sind in der Regel zwei Meter breit. So ist das Überholen kein Problem, wer langsam fährt, hält sich rechts, wer schneller unterwegs ist, fährt in der zweiten Reihe auf der linken Seite. Als Besucher fährt man wahrscheinlich eher langsam und daher einfach rechts. Sonst unbedingt das Handzeichen beim Abbiegen, Ausscheren und zum Überholen und so weitergeben. Das vergessen in Deutschland viele Radfahrende. Sehr sinnvoll ist es auch im Pulk mit Fremden, beim eigenen, individuellen Anhalten als Signal die Hand vor dem Abbremsen nach oben zu halten. Zwei Richtungsradwege besitzen in der Mitte immer eine weiße Mittelmarkierung. Fehlt diese Mittelmarkierung, handelt es sich in der Regel um einen Einrichtungsradweg, der nur in Richtung des Straßenverkehrs genutzt werden darf. An den Fahrradampeln reiht man sich einfach in die Fahrradschlange ein. In der Regel kommt man noch mit der ersten Ampelfase rüber. Dann einfach bei viel Radverkehr im Pulk mitschwimmen. Aufgrund der guten Radverkehrsinfrastruktur kommt man auch mit mäßiger Geschwindigkeit von zum Beispiel um die 15 Kilometer pro Stunde rechtzügig durch die Stadt. Einige Fahrradampeln sind mit Countdownzählern ausgestattet. Das ist sehr praktisch. So weiß man zum Beispiel, ob noch genügend Zeit ist, schnell einen Schluck aus der Trinkflasche zu nehmen oder einen Blick in den Stadtplan zu werfen. Als Fußgänger sollte man aufpassen nicht auf Radverkehrsflächen zu laufen. Ist das der Fall, fordern die Radfahrenden ihren Vorrang durch entsprechendes Klingeln ein. Radwege sind in der Regel baulich klar von den Fußwegen durch Bohr. Fahrradleihen an sehr vielen Stellen in der Stadt kann für knapp 10 Euro pro Tag ein Fahrrad geliehen werden. Fahrradparken Die Stadt Amsterdam mag es gar nicht gerne, wenn das Fahrrad an städtisches Eigentum, Laternenmasten, Verkehrsschilder, Brückengeländer und ähnlich, festgemacht wird. Nach einer Verwarnung, orangefarbene Sticker, wird das Rad gnadenlos entfernt und ins weit entfernte Veitsdepot, Bornhaut 8, Westel, Hafengebiet, Tell, 020 334 4522, gebracht. Dort kann es gegen eine Gebühr von 10 Euro wieder abgeholt werden, Personalausweis plus Eigentumsnachweis. Das gleiche passiert mit dem Rad, wenn es an den großen Bahnhöfen, Zentral, Seid, Amstel und Muidaport, länger als 14 Tage, bzw. am Leitzeptemberlein länger als 7 Tage steht. Ins Veitsdepot verbrachte Räder werden höchstens drei Monate aufbewahrt, danach werden sie versteigert. Gefahrlos parken kann man sein Rad an Stellplätzen, die es an jeder Straßenecke und bei größeren und kleineren Geschäften, Kneipen und sonstigen Einrichtungen gibt sowie bei den bewachten Stahllingen. Die von der Stadt eingerichteten Stahllingen sind die ersten 24 Stunden kostenlos, private Stahllingen kosten etwas, 50 bis 100 Cent. Bahnhof Amstel, Julian Ablein 1, Telefonnummer 020 692 358 4 offen, Montag bis Freitag 5.15 bis 1.30, Samstag 5.30 bis 1.30, 7.00 bis 1,30 h, Werkstatt Montag bis Freitag 7 bis 18, Samstag 8 bis 18 h. Es werden auch Mofas, Brommas, aufbewahrt. BG Terres 1, Zentrum, Binnengast wie Strat 9, Tel, 020, 5891980. Offen, Montag bis Freitag 8 bis 22, Samstag 8 bis 19 h, Werkstatt gleiche Ödnungszeiten. Paradiso, Zentrum, Wettering-Schans 4a, Tel, 020, 5891980. Offen, Montag bis Sonntag 0 bis 24 h. Bahnhof Amstel, Wettering-Schans 4a, Werkstatt 7 bis 18 h, Werkstatt 7 bis 18 h. Pate de Mund, Zentrum, Regulierstwas-Strat 97 h, Tel, 020, 5891980. Offen, Sonntag bis Freitag 8 bis 0.30, Samstag 8 bis 2 h. Bahnhof Zuid, Zuiplein, Tel, 020, 6618123. Offen, Montag bis Sonntag 0 bis 24 h. Bahnhof frei, Seid, Europa Boulevard 4a, Tel, 020, 6618123. Offen, Sonntag bis Donnerstag 5 bis 1.30, Freitag bis Samstag 5 bis 2.30. Werkstatt Montag bis Freitag 9 bis 17 h. Sehenswürdigkeiten Die Mehrzahl der Top-Sehenswürdigkeiten liegen im Zentrum von Amsterdam, dem von Grachten durchzogenen historischen Kern der Stadt. Für eine umfangreichere Auswahl von Sehenswürdigkeiten im Zentrum siehe Amsterdam-Zentrum. Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempel Die Mehrzahl der berühmten und sehenswerten Gotteshäuser von Amsterdam befindet sich in Amsterdam-Zentrum. Ein Besuch lohnt sich aber auch an den folgenden Adressen. Von Delkerk Die ehemalige Kirche des Heiligen Herzens Jesu, die Von Delkerk, wurde in zwei Phasen gebaut. Chor und Abses wurden 1873 geweiht und mit dem Kapital, das eine Verlosung einbrachte, konnte die Kirche um 1880 vollendet werden. Der Bau der Inneneinrichtung dauerte viele Jahre. 1890 wurde die Orgel aufgestellt und 1893 wurden die Fenster angebracht. Der Architekt B.J. Köppers hielt es für seinen gelungensten Kirchenbau. Der Turm brannte 1904 ab und wurde von Köppers Sohn wieder aufgebaut. 1977 verlor die Kirche ihre religiöse Funktion und wurde wegen Baufälligkeit geschlossen. Nachdem sie jahrelang leer gestanden hatte, verwahrloste und Spekulationsobjekt war, wurde die Kirche restauriert. In die früheren Keppeln kamen Büroräume, das Mittelschiff wurde vermietet. Vom ursprünglichen Inventar ist nichts mehr vorhanden. Roh-Aron-Schuster-Sjöl-Heinzel-Strat 13-Jakob-Obrecht-Plein Synagoge-Lextrat-Lextrat 61-63 Die Arme-Mast-Lied-Tabak-Rein ist 125, 020, 6982526 Das einzige Moscheegebäude von Amsterdam zu Idos zieht aus wie ein Märchenschloss, das allerdings direkt neben einer Metrostation steht. Auf dem Dach steht eine zwiebelförmige Kuppel mit vier Minaretten. Die Taiba-Moschee ähnelt sehr in Moscheen und Palästen Indiens und Pakistans. Vrie Metzelas Loge von der Strat 39 bis 41 Die erste Freimaurer-Loge in den Niederlanden wurde 1734 gegründet. Dieses Logengebäude mit Vereinsraum und Hausmeisterwohnung ist der Hauptsitz der Amsterdamer Freimaurer. Das heutige Aussehen der Gebäude stammt von 1910. Im Logengebäude befinden sich der Blaue und der Rote Tempel. Zu Beginn der deutschen Besetzung wurde die Freimaurer-Ere verboten und das Haus konfisziert. Das Inventar wurde ausgebaut und verkauft. Nach dem Krieg wurde der Schaden nach und nach behoben. 1946 wurde in Bleiverglasung der polierte Diamant in der großen Rosette des Logengebäudes angebracht. Freimaurer sind eine Geheimgesellschaft. Ihr Gebäude ist daher nur in Ausnahmefällen zu besichtigen, zum Beispiel am Tag des offenen Denkmals. Bauwerke Viele viele äußerst sehenswerte Bauwerke, darunter etwa das Theater Tuschenski, findet man in Amsterdam-Zentrum. Hier einige weitere, die außerhalb der Innenstadt liegen. Muiderport am Ende der Plantage mit Nlan steht gegenüber dem Koninkleich-Institut vor der Tropen, Tropenmuseum, die Muiderport, Muidener Tor, Stadtteil Amsterdam-Ost. Sie steht zwischen der Lienwans und der Singelgracht, die als Innen- und Außengracht des Stadtwalds, 17.JHR, dienten. Die Muiderport ist das letzte Erhaltende der einst sieben Stadttore, die im 17. und 18.JHR den Zugang zur Stadt gaben. Es wurde 1770 gebaut, nachdem sein Vorgänger im Jahr zuvor plötzlich versackt war. Die Muiderport ist eines der wenigen monumentalen Stadttore, die in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 18.JHR gebaut wurden. Die Sorgfalt bei der Gestaltung des klassisistischen Baus betont die Rolle des Stadttors als Übergang zwischen Stadt und Land. Die Verteidigung war weniger wichtig geworden, das Tor behielt aber seine Rolle als Zentrum für die städtischen Zoll- und Steuereinnahmen. Seit 1903 fließt der städtische Verkehr um das Tor herum, es steht seitdem in einem kleinen Park. 1963 wurden in dem alten Stadttor Büroräume eingerichtet. Heute befindet sich hier die Bibliothek des Steueramtes, Belastingdienst. Museen 1876 reichte P.J. Köppers seine Pläne für das neu zu bauende Reichsmuseum, Reichsmuseum oder Nationalmuseum, ein. Am 1.10. desselben Jahres wurde der erste Pfahl in den Boden gerammt und am 13. Juli 1886 wurde das Museum offiziell eröffnet. Köppers führte seinen Entwurf in der Formensprache der holländischen Renaissance des ausgehenden 16.JHs. aus. Kritiker sahen im Ergebnis zu viel gotische Züge. Diesen mittelalterlichen katholischen Baustil hielten sie für ungeeignet für ein derartiges nationales Gebäude in der protestantischen Nation Niederlande. Bei der Eröffnung des Museums wurde auch spotten von der Einsegnung des bischöflichen Palastes, genannt das Reichsmuseum zu Amsterdam. Der Grundriss des großen, symmetrischen und vollständig freien einer Parkanlage gelegenen Gebäudes zeigt ein Rechteck mit beiderseits der Mittelachse einem von drei Flügeln umgebenen Innenhof. Als Baumaterialien wurden überwiegend Backstein, Granit, Kalk und Sandstein verwendet. Die Mittelachse hat im Erdgeschoss einen breiten Durchgang, eine Forderung der Stadt, der die Stothoderskade mit dem Museumplein verbindet und dem dahinter gelegenen Viertel. Das Ganze wird von dem Mittelteil mit den Türmen, den Durchgang und den Ecktürmen stark akzentuiert. Die Fassade ist reich verziert mit Motiven aus der niederländischen Geschichte. Später würden zahlreiche Nebengebäude an den ursprünglichen Entwurf angebaut. 2003 wurde mit einem umfangreichen Umbau begonnen und war in dieser Zeit nur eingeschränkt zu besichtigen. Dieser Umbau wurde 2013 beendet und das Museum am 13. April 2013 in vollem Umfang wieder eröffnet. Museen Das Konzertreba ist eh Mühlen in Amsterdam gibt es eine ganze Reihe historischer Mühlen, von denen nur eine, De Goyer, im Stadtzentrum gelegen ist. Für alle übrigen muss man mehr oder weniger weit in die Vorstadt hinausfahren. Museen Amsterdam hat zurzeit über 50 Museen. Die Übersicht dazu ist in einem separaten Artikel ausgelagert. Straßen und Plätze Die meisten der sehenswerten Straßen und Plätze liegen in der Innenstadt. Hier eine Ausnahme. Albert-Krepp-Straat zwischen der Ferdinand-Bohls-Straat, Straßenbahnen 16, 24, 26, und der Van Vostraat, Straßenbahn 4, im Stadtteil Deppi findet auf der Albert-Krepp täglich außer Sonntags ein großer Warenmarkt statt. Sein Angebot geht vom traditionellen Gemüse, Obst und Fisch bis zu Textilien und Fotoapparaten. Der Markt ist der bekannteste und am meisten Besuchte des Landes und der größte Tagesmarkt Europas. Parks, Zoos und Botanische Gärten Der Zoo und der Botanische Garten von Amsterdam liegen in der Innenstadt. Parkanlagen Die einzige Parkanlage im Zentrum ist der kleine Wertheim-Park gegenüber vom Hortes-Botas-Nekus. Direkt um das Zentrum Fundelpark beim Leitzeptemberlein, der erste Stadtpark Amsterdams. In den 70er Jahren Treffpunkt der Hippie-Szene, die dort auch übernachtet hat. Osterpark beim Tropenmuseum Riedlandpark im östlichen Hafengebiet Saarpaty-Park in der Bib Westerpark bei der Haarlem Airport Innen-Außenbezirken Rembrandt-Park entlang der A10 in Uth-West Schlotterpark westlich des Slotzerplass, Stadtteil Schlottermeer in Nioff-West Beatrix-Park hinter, Westel Das Messezentrum Mrei in Zuid Amstelpark südlich der A10 entlang der Amstel im Stadtteil Boitenfeldert in Zuid Im Rahmen der Floriade von 1972 angelegt Bielma-Park im Stadtteil Bielma-Meer in Zuid-Ost Gasperpark um den Gasperplass im Stadtteil Gasperdam in Zuid-Ost Im Rahmen der Floriade von 1982 angelegt Flevo-Park am Juedeep in Ost W. H. Fliegenbos in Nord Florapark am Westel Ufer des Nord-Holland-Schkanaal in Nord Aktivitäten Amsterdam ist eine Stadt mit einem beachtlichen kulturellen Angebot Seit 37 Jahren beantworten Amsterdamer die Fragen nach dem Wohin heute Abend? Nach einem Blick in die Uth-Krant Das monatlich, 11x im Jahr, erscheinende Programmheft bietet eine komplette Übersicht aller kulturellen Aktivitäten in der Stadt. Erhältlich ist es bei den größeren Kultureinrichtungen, beim VVV, im Rathaus. Die Uth-Krant ist gratis. Text teilweise auch in Englisch. Baden Drogenkonsumierende Erwerb von Marihuana ist zwar illegal, wird aber geduldet. Bis zu 5 Gramm dürfen straffrei mitgeführt werden. In der gesamten Stadt verteilt, existieren sogenannte Coffeeshops, in denen man weiche Drogen erwerben und konsumieren kann. Aber nur dort, der Drogenkauf auf der Straße ist nicht nur äußerst leichtsinnig, sondern auch verboten. In den dunklen Gassen Amsterdams wird dem leichtsinnigen Touristen nicht nur Schrott angedreht. Es kann ihm auch passieren, dass er um seine Habseligkeiten erleichtert wird. Eine Karte vieler Coffeeshops in Amsterdam finden Sie hier. Rossebyr, das ist der Rotlichtbezirk von Amsterdam. Ursprünglich beschränkt auf die Grachten Udezis-Vorburgwall und Udezis-Achterburgwall nördlich der Aude-Hook-Straat. Das Viertel trägt deswegen auch den Namen der Walletiers. Prostitution ist in den Niederlanden erst seit wenigen Jahren legal, doch in Amsterdam ist sie seit den 60er Jahren zumindest gedugt, geduldet. Inzwischen haben sich die roten Neonröhren der Rahmenprostitutie, Fensterprostitution, auch in anderen Teilen der Stadt verbreitet. Will man sich lieber die schönen alten Häuser in diesem Viertel ansehen, schließlich ist es der älteste Teil der Stadt, sollte man auf den Sonntagvormittag ausweichen, dann haben die Damen nämlich frei. Historisch interessant ist es übrigens, dass die kleinen Häuschen um die Aude-Kerk schon im Mittelalter vom Sud, dem damaligen Polizeichef, an Prostituierte vermietet wurden. In Amsterdam hatte man solches Gewerbe lieber unter Kontrolle als wild unter freiem Himmel. Das hat sich bis heute nicht geändert. Den freien Straßenstrich hat man inzwischen ins westliche Hafengebiet ausgelagert. Märkte Amsterdam ist eine Marktstadt ersten Ranges. Verschiedene allgemeine Warenmärkte, die täglich, außer so, stattfinden, sowie zahlreiche Spezialmärkte in der Innenstadt machen das Shoppen erst richtig spannend. In den von der Innenstadt weiter entfernt liegenden Stadtteilen gibt es weitere Märkte. Diese sind bei den entsprechenden Stadtbezirken aufgeführt. Pipe-Symbol, Albert-Köp-Straht-Straßenbahn 16, 24, 25 über Fürth. Bohlstraat und Linie 4 über Van Wostrad. Montag bis Samstag 9 bis 18. tägliche Allgemeiner Warenmarkt mit sehr breit gefächertem Angebot. Rund 260 Stände. Amstelfeldblumen- und Pflanzenmarkt rund um die Amstelkerk. Montag 9 bis 14.30. Null. Biologische Märkte. Mie von 10 Uhr bis 17 Uhr. Allgemeiner Warenmarkt mit ausschließlich biologisch hergestellten Produkten. Nio-Markt-Zaar von 9 Uhr bis 17 Uhr. Ein Teil des Allgemeine Warenmarktes um die Alte Waag-Zaar für tagesfrische Bioprodukte reserviert. Nordermarkt Samstag 9 Uhr bis 16 Uhr. Erster Biomarkt des Landes, 1987. Montag bis Samstag, 9 Uhr bis 17 Uhr. Zwischen Mond und Koningsplein. Bökenmarkt Audemann-Wiport. Durchgang zwischen Udezis Achterburg-Wahl und Kloveniersburg-Wahl. Montag bis Samstag 9 bis 17. überwiegend antiquarische Bücher, nicht nur in niederländisch, historische Stiche, Notenblätter werden in den Gewölben verhandelt. Bökenmarkt Freitag 9.30 bis 18 Uhr. Hier gibt es das, was die Audemann-Wiport nicht bietet, neuwertige Bücher. Deppermarkt Depperstrad, Straßenbahn 3, 12, Bus 22, Station Muida-Port. Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr. Dieser Allgemeine Warenmarkt ist genauso multikulturell wie das Viertel, in dem er liegt. Vor allem sah viel Andrang. Jordan-Märkte. Lindenmarkt Lindengracht, nördlich der Norderkerk, Samstag 9 bis 17. Allgemeiner Warenmarkt. Rund um die Norderkerk, Montag 9 Uhr bis 14 Uhr. Angesagter Flohmarkt mit flippigem, buntem Publikum. Samstag 9 Uhr bis 16 Uhr Biologischer Markt. Westermarkt Westerstrad, südlich der Norderkerk, Montag 9 Uhr bis 13 Uhr. Markt mit Stoffen und Lappen, 160 Stände. Im Jordan gibt es viele gemütliche und preisgünstige Restaurants und Cafés. Postsegel in Mundenmarkt Newitz-Vorburg-Waal, Straßenbahnen 1, 2, 5, 13, 17, Damm, Mittwoch, Samstag 9 Uhr bis 16 Uhr. Der Markt für Philatelisten und Numismatiker. Metro 51, 53, 54, Montag bis Samstag 9 Uhr bis 18 Uhr. Kleinerer Allgemeiner Warenmarkt am Fuß der Waag. Hier beginnt auch der Zedig und damit die Amsterdamer Chinatown mit entsprechendem Warenangebot. Sonntag 9 Uhr bis 17 Uhr, Mai bis Oktober. Kunst, Antik, Antiquarischer und Flohmarkt. Wotalublein, Metro 51, 53, 54, Straßenbahn 9, 14. Floh und Kuriositätenmarkt rund um die Stupera. Chinesisch Echte chinesische Küche gibt es zuhauf in vielen Gaststätten rund um den Zedig und den Neomarkt. Von dem manchmal sehr nüchternen Inventar sollte man sich nicht abhalten lassen. Indonesisch Surinemsisch Rund um die Albert Köp sind viele surinemsische Restaurants oder auch Imbissstuben und Brötchenbuden zu finden. Die Größe des Lokals sagt nicht unbedingt etwas über die Qualität des Essens aus, der Andrang umso mehr. Hotels buchen online Amsterdam Info, Hotelbuchungen, sehr zuverlässig, und ein großes Angebot an touristischen Information. Deutsch VVV Amsterdam, Hotelbuchungen und Touristinie-Formation Deutsch-Beiankunft am Flughafen, in der Halle nach der Passkontrolle und dem Gepäck-Bick-Up Bearbeitungsgebühr Am Bahnhof Amsterdam Zentral, bei den WWK, Grenzwisselkantoren, in der Halle Bearbeitungsgebühr Vor dem Bahnhof Amsterdam Zentral, bei der Touristinformation, VVV, in dem weißen Gebäude links vom Hauptausgang Bearbeitungsgebühr Bei Agenturen im Stadtzentrum, Bearbeitungsgebühr, höher als bei den drei vorgenannten Stellen Mittel Gehoben Wohnbote Amsterdam Zentrum Amsterdam Nord Amsterdam Ost Amsterdam Zuid Amsterdam West Lernen Arbeiten Arbeiten Wenn Sie nicht als Abgesandter einer Firma in Amsterdam weilen, benötigen Sie eine sogenannte SOFI-Nummer, kombinierte Steuer- und Sozialversicherungsnummer. Das Arbeitsamt ist das QUI, Zentrum vor Werk-N-Inkommen. Sicherheit Sicherheit vor allem in der Innenstadt gibt es nicht zuletzt wegen der offenen Drogenszene viel Kleinkriminalität wie etwa Taschendiebstahl. Geld und Kamera am Körper tragen, nicht in der Gesäßtasche, und die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden. Eine Gefahr für Leib und Leben besteht allerdings auch nachts in der Innenstadt nicht. Sollte doch einmal die Hilfe staatlicher Ordnungskräften notwendig sein, erreicht man sie über den Euronotruf 112. Da in weniger dringenden Fällen sollte die Nummer 09008844 verwendet werden. Das Hofbüro, Polizeipräsidium, der Politier Amsterdam Amsteland befindet sich auf der Ehlenskracht 117 am Rande des Jordan. Innerhalb der Polizeiregion, es gibt fünf Distrikten, sind flächendeckend über die Stadtpolizeiwachen verteilt. Eine Übersicht gibt die Webseite der Amsterdamer Polizei. Gesundheit Städtischer Gesundheitsdienst Der Städtische Ärztliche und Gesundheitsdienst, GGD, der Älteste des Landes, 1902, kümmert sich besonders um Geschlechtskrankheiten, Information von Reisenden und Impfungen, Vorsorgebar und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Schädlingsbekämpfung, Jugendgesundheitssorge, gesellschaftlicher und geistiger Gesundheitsdienst, Z, B, bei Drogenabhängigen, und Erste Hilfe und Krankentransporte. Normalerweise kann man natürlich einfach zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Krankenhäuser Sprache und weitere Informationen Fast all Niederländer sprechen Englisch, auch Deutsch ist zwar verbreitet wird aber nicht immer gern gesprochen, weniger wegen irgendwelcher Ressentiments, sondern weil es für Niederländer eine sehr komplizierte Sprache ist. Vor allem jüngere Leute sprechen daher lieber und einfacher Englisch. Ein paar Worte Niederländisch werden immer gern gehört und zumindest mit einem freundlichen Lächeln honoriert. Manchmal ist es auch ganz einfach eine Frage der Höflichkeit. Die Tourismusinformation nutzt den Spruch I am Amsterdam, wobei die Worte miteinander verschmelzen. Die Webseite bietet ein umfassend informierendes Portal zu allen Belangen von Amsterdam in Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Neben dem Webauftritt werden auch die sozialen Medien wie Twitter, Facebook und YouTube professionell genutzt. Überall dort, wo dieses Symbol auftaucht, gibt es auch entsprechende Ansprechstellen, zum Beispiel am Flughafen Schipol, am Zentralen Bahnhof oder in den Stadtteilen, mit allen Informationen für Touristen. Die wichtigsten Büros der Tourismusinformation, einheitliche Telefonnummer plus 31, 20, 70, 26, 000 für alle, sind Stationsplan 10, gegenüber dem Hauptbahnhof, Nord-Süd-Hollands Coffee-V, Öffnungszeiten, Montag bis Samstag 9 Uhr bis 17 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 17 Uhr. Holland-Touristinformation im Flughafen Schipol, Ebene Ankunft 2 im Schipol Plaza, täglich geöffnet 7 Uhr bis 22 Uhr. Ticketshow bleibt September Line 26, 1017 PT Amsterdam, täglich geöffnet 10 Uhr bis 17 Uhr. Toilette, wer ein dringendes Bedürfnis danach verspürt, fragt am einfachsten in einer Gaststätte oder in einem Café, oft wird die Benutzung umsonst gestattet, manchmal wird ein Obolusse von 50 Cent erwartet. Auch nachts wird sich nicht jeder Tourist mit den alten grünen Gussreisernen Entzaftern anfreunden, die nach einem Entwurf des Architekten Jan van der Maai 1915 gefertigt würden und noch an eidlichen Straßen zu finden sind, aber mehr und mehr durch offene Auskunststoff ersetzt werden. Praktische Hinweise In Amsterdam gibt es 54 Postämter von TNT Post. Ein zentral gelegenes Postamt, einst als Hauptpost fungierend, ist auf dem Single 250 in der Nähe der Radwistrad. Tell, 0900-7678-526. Postämter sind meist Montag bis Freitag 9 bis 17 h und Samstag 9 bis 13 h geöffnet. Ab 2011 beträgt das Porto für Postkarten und Briefe ins europäische Ausland 79 Cent, bis 20 Gramm. Briefmarken gibt es aber auch in vielen Zeitschriften, Läden und an den Schaltern im Eingangsbereich von größeren Supermärkten. Ausflüge beliebt bei Einheimischen wie Touristen ist ein Ausflug an den Nordseestrand nach Sandfort. Neben zahlreichen Strandbars gibt es dort auch eine Rennstrecke auf der und andere Rennen der Tourenwagen-Serie stattfinden. Wer mit der Bahn unterwegs ist, muss in Haarlem umsteigen und sollte sich diese Stadt ebenfalls ansehen. Sie zählt zu den Kunst- und Kulturzentren der Niederlande und ist die Heimatstadt des Malers Franz Hals. Nach ihr wurde der gleichnamige New Yorker Stadtteil benannt.